Voransage Nummer 3 Ja, das ist ja Die YOLO-Ansage Nummer 3 Ja, das ist schön, das genau spricht, wenn ich gerade draufgedrückt habe Ja, hi und willkommen zurück Wir machen bei der nächsten Mission weiter Weiter in Team Beschuss, normal, blabliblub Und äh, ja, ich bin bereit Jetzt geht YOLO oder was? Nein, jetzt geht behindert Die Folge nenne ich jetzt, äh, Swagman Ja, das ist doch cool Hashtags, Hashtags weg Okay, worauf muss ich achten, man Solange der Techniker nicht stirbt, ist das okay Also auf den Techniker schießen, oder was? Für den Fall Nein, tu ich nicht Sack tot, Sack tot, Sack tot Ja, Medic ist gerade beschäftigt Ja, so geht's mir aber auch, ich hab auch ein bisschen Panik vor seiner Sprutklinge Weil ich hab mich gerade ein bisschen zu spüren bekommen in meinem Rücken Zumindest hat man jedes Mal Er steht halt gern drauf von hinten, ne, aber Das ist so... Ich meine, das hat sich geil angefühlt, keine Frage, ne Du musst um die Ecke springen Ach so, okay Du kannst zwar im Bogen pissen, aber ich kann um die Ecke denken Oh, schön Wow, wow, wow Sterbt ihr Ne Kettensäge Geht mir mal Rückblick auf Geht mir noch ein bisschen Rückblick auf Okay Nein, ich nehme mich hier auseinander Jawoll Ach, das lebt noch Die Granate war ich Muss man auch noch erwähnen, ne Ach, ich will jetzt drauf sein Also, ich sollte mich mal heilen, ja, also ich weiß nicht, wie's euch geht, ne Also, ich brauch mal ein bisschen, ein bisschen Leben, also ihr könnt halt da bleiben oder wegrennen Ach komm, dann mach ich die Worte mit Nein! Sie wurden im Einsatz getötet Ach, das geht schon So, wieder von dem guten Martin hinterweg Oh nein, ich wollte dieses Viech wegschießen, was da angeflückt kam, genau so eins Ja, da sind doch keine Schroden drin die Tür Das ist die perfekte Aufnahme, echt Erstmal die Ansage ging voll für den Arsch Jetzt werde ich noch während der Aufnahme total in den Rücken geknallt, ja Ist doch geil Ich dachte, du wolltest mit Profis arbeiten Ja, also, wenn ich mit Profis arbeiten würde, ja Dann wäre das ja schön, aber ich tue ja nicht mit Profis arbeiten Ich muss auch mal was Neues finden Guck mal, das ist Let's Play ohne selber zu spielen Ja, das ist ein sehr schönes Let's Play Ich sterbe Ja, hoffentlich Hoffentlich, ja, wohl, stirb Stirb Verdient hat man Nachdem er mir den Rücken geschossen hat Das ist doch gesund Ach, das ist doch gesund Oh, herrlich Das ist, jawohl, ich glaube, er stört er nicht Der Techniker tut Der Techniker tut Oh, herrlich Oh, doch nicht Wollen wir kein Techniker? Na geil Ja, dann kann ich mir doch mal eine andere Klappe nehmen Kuba ist auch Techniker Das ist ja eine Zeitung Jaaaah 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 Also ganz ehrlich, dass man die Scheißvieche nicht mit dem Spring wegkriegt Das ist auch zum Kotzen Vermeiden Sie Freundbeschuss Ja, das wäre mal von Vorteil Ach, Quats Und das war nur auf die 90 geschafft Keine Ahnung wie, aber Ja, jetzt mal ein bisschen hier, ne Ernst bei der Sache bleiben, Freunde Ernst bei der Sache bleiben Man kann nicht ernst bleiben, wenn man seine Freunde abschießen darf Das ist doch das Das ist doch, was dir passiert, ne Ja, da, äh, dürften tust du es nicht, aber du kannst es ja Ey, ohne Scheiß, wenn es so weitergeht, nämlich auch kein Nämlich scheiß dich auf, da niemand Ja, Juni Ich sehe nicht, Leute, ob du irgendwie wichtig sind Ja, ja, Medic Alter, ist in Ordnung Wie macht ihr das eigentlich Die vier Na, mal was Die vier Ey, wenn ihr beide gleichzeitig geht, verstehe ich überhaupt kein Wort, ja Bitte zahlen Ja, verstehe ich Ja, verstehe ich Irgendwie bist du fast so auf dem besten Weg dahin zu scheiden Scheißen, sterben Ja, das brauchst du mir nicht sagen, mir geht es gerade auch Richtig dreckig Und ich habe alles irgendwie, keine Ahnung Mein Leben sieht schlecht aus, mein Team schießt auf mich Ich brauche mal hier Medik auf, Mann Medik Es geht los Alter, warum wechselt man doch nicht die Waffe nicht, du gehinderte Sau, ey Ja, das geht ganz gleich auf den Falsch, ne Verballert gerade die ganze Munition Oh Ja, ich habe noch nie so sehlich das geschützt gewinnt 400 Schuss für nicht Nein So ist richtig, Yolo, Mann Ich schiebe sie dir in den Hintern Das bist du jetzt so Ja, weil er mich damit ja nur trifft Sag mal, wie hässlich muss man zielen Die strömt nochmal ein bisschen Ey, wir kennen die Szene hier, hier wurde ich getötet, also aufpassen Ich bin dafür, Markenkrieg verboten, die Flüge abzuschieben Ich bin dafür, wir rennen da jetzt mal durch, ja, und wetten die Mission hier, wie Team hier Okay, los Ich weiß ja nicht mehr, was wir überhaupt hier tun müssen, Mann Ich kann euch einfach nur hinterher und bin sehr gut, aber Ich heil dagegen, Mann Also ich habe noch vier Medikits Warte mal Ups Müsst wir da runter, oder was? Ja Das Fliegestil, machst du keine Sorgen, sondern der Panzer dahinter Mega Panzer Ja, unser Tanker da vorne Jo Ah, okay, ich steh Geht mal einer den Spasti da unten Ähm, Medipack Danke Geh, das mit dem Panzer klären Komm her Komm her, Stecki Komm Ich geh mal runter und Ich muss nachladen Jawohl War's das oben? Cleo? Jo, ja Geh, los Dafür sind wir dran Wir müssen eine Mauer antreffen YOLO Swag Wir müssen noch irgendwas machen erst Hm, das gelbe, was leuchtet Ja Ja, wir haben erst 12 von 20 Eiern Das wäre hier das Ende, aber irgendwie müssen wir erst noch was machen Wir haben auch erst 12 von 20 Eiern, wenn wir so filmen können Also ich hab 2 Ich hab keine Ahnung Ich hab die Flei schon gekillt Ach, das ging mal ein Ding? Ja, also, so hab ich jetzt verstanden Ansonsten hab ich auch 2 Also, mit dem, mit dem lauf ich hier nicht rum mit dem Martin, ja, der schießt mich gleich wieder ab Ich ziele keine Zeit auf dich, ich hab dich im Blick, Mann Eddie, hast du die Schrottwilte mitgenommen? Nein, warum würde ich? Ich weiß nicht, Eddie stirbt gleich, ich muss ein Medipack auspacken Geh ja nicht meiner Nähe Doch, hier bitte doch Martin, geh weg mit deiner verdammten Schrottwilte Ja, ey, ohne Scheiß, ich hab auch ein bisschen Panik, Mann Ich schieß doch nur nach draußen Wie? Weil der gerade einer voll die Flinte läuft, ne? Du standst neben mir, Mann Ja, womit wir jetzt hin? Ja, jetzt müssen wir wieder da hin Ja, wo wir gefeuer waren Hä? Ja, jetzt ist halt dort, äh, der Eingang auf Okay Ich hab das gar nicht mal mitbekommen, dass du 20 Eier, ich hatte dort So war ja, aber okay Gesehen, ich bin wieder geflogen Hey, Eddie, alles klar Hey, Eddie, alles klar Hey, Eddie, alles klar Hey, Eddie, alles klar Komm mal, durch Okay, weiter geht, YOLO Run, 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 run Was, das macht schon Ja, was passiert Also, die mit schon war echt schnell, Mann Nullsterblich Ich hab ein Lüßes Ich hab' ne Taschenlampe bekommen Haben wir ja voll Das ist die vorletzte Mission, sieh das richtig? Ne, die letzte Hey, komm, das ist immer noch in der Folge durch, dann sind wir ja durch Aber das ist die ekelhafteste, also Guck mal, ne? Ja Soll ich die Techniker nehmen? Scheißegal, ne Das wäre vielleicht ne Idee, ne? Die Waffe 2 Das stimmt, das war ja, das stimmt, das war ja mit der Bombe, dürfen wir weglaufen Richtig Mit der Bombe, was? Oh, Eddie Wiehst du denn gleich? Deswegen bist du Techniker, hier brauchst du Technik Ah, das sind immer alle für Technik, oder was? What? Mal reichen Keiner reich, hallo, ich bin professional Professional bin ich mein Ich hab' ne Sanitätswaffe bekommen Ja, die nimmst du mit? Bitte Aber da kann ich nicht schießen Okay Okay Na gut, wenn es so okay ist Was ist denn hier da? Was ist denn noch Wahlkampf? Ich blieb von deiner Seite aus kein Teambeschuss, ja? Ey, ich kann dir auch ins Gesicht treten, aber trotzdem Teambeschuss Okay, alle fertig, ne? Ja Ja Ja, die letzte Mission hier Was mach' ich mit der Waffe? Muss ich einfach auf jemanden zielen, dann anklicken, oder wie funktioniert das? Richtig So wie normale Waffen, nur halt, dass wir nicht rein Warte, ich hab' ich das mal nicht kann Ich kann mir nicht hin Genau, Eddie, war doch ein schöner Keine Sorge, ich bin jetzt ein Ich bin ein professioneller Sanitäter jetzt Okay, dann zeig' mir den Punkt Weißer, das ist echt nett, dass ihr mir helft Ja Komm, verwirrt Weitun Okay, okay Ja Hey, die Eventuell Sollst du nicht nach vorne rennen, weil wenn die Gäste hier kommen Alter, ohne Scheiß, was, was... was... was geht hier ab? Was? Was geht denn jetzt? Die Leidtasler links die der Backboe links! er wird wo es und die Banken eigentlich sprich prägt immer hin und her bei dem auch das das ist auf jeden Fall gifft wird gifft 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 ich bin da nie keine Sorge mann vertraut mir einfach aber wir müssen auch den Arsch freihalten dann passiert euch nichts die sagen ich mach einfach die bleibt oder sein Leben okay wie sieht es bisher aus dem Ort gut immer schlechter nur das ist die die sich die Schilder Okay, dann mach mal auf. Ich weiß dir, oder was? So, aufpassen. Oh, ey, das ist gut. Okay. Lauf bei uns, Mann. Jo. Jetzt mach mal die Tür auf, ne? Ich glaub, die Treppe erstmal hoch. Nee, nee. Da bin ich nicht reingerannt, weil... Braucht ihr mein Leben von euch? So, komm in die Zone. Kommt. So. Vorsicht. Boah, das sind Bomben, Minen, was auch immer. Ja, ja. Vorsicht, Gift, Gift, Gift. Ja, gerade gesehen. Hashtag Gift. Ja, kommt gleich noch einer. Ja, drei, weg. Hashtag Reihung. Ja, da bin ich noch in Stille. Vorsicht. Boah. Scheiße. Okay, jetzt geht noch gut aus vom Leben. Und wie klappt das da sogar wirklich diesmal mit der Teamarbeit? Ich hab' mal geburtlichen Gesichtsaufrufen. Glaublich, ne? Also, die ist auf 4, die ist auf 4, die ist auf 4. Ja, also jetzt weiß ich auch woran es liegt, wenn es nicht geklappt hat. Ich hab' ihm auf euch geschossen. Ehrlich? ich hab nur noch ein 40 einmal bestohlen den verheilung was noch gemacht denn jetzt hier ein nur noch mit mir die hälfte nur noch wenn wir vergiftet sind all right es ist ich habe gleich ok Ok ich mach den Midi-Pack hin Toll, irgendjemand ist mein Schlammwerfer weggehauen Obkommen wir jetzt nicht durch? Ja wir kommen natürlich aber ganz an der Wand halten. Das ist auch schade, dass es dann passieren wird. Oh, ich bin klar. Scheiße. Fremdlich fire. Ja ich sehe da, schieße ich den Restjärn. Ja, da muss ich den Garten. Du musst auch mich im Blick haben, du musst das sehen. Oh, oh, Ben rennt vorbei. Ich darf jetzt nicht schießen. Was ist eigentlich hier unsere Aufgabe? Jetzt müssen wir auch alles kaputt machen, oder? Das ganze Nest in die Luft jahren. Vorsicht Kai, beiseite. Soll ich Medefekten hier gehabt, noch gut leben? Gut, 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 gut. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Okay. Also Teamarbeit klappt diesmal. Ach so ein Giftbiech. Nochmal Giftbiech. Nee, das muss ich explodieren. Hashtag, äh, Hashtag explodieren. Ich würde sagen, in eine Healbox mal legen. Jo. Eddie, wo bist du eigentlich? Warte, 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 ich bin noch nicht da, wo ich bin. Komm von der anderen Seite. Machst du dann. Oh, sie macht die hier. Okay, ich meinte ein Sinn. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich komme hier nicht durch. Nee, muss wieder aufmachen. Und los. Okay. Move, move, move. Jetzt aufpassen, mit Giftbiechern wieder, ne? Ja, die fahren hier überall. Ich gehe unten lang mit. Hier oben hin. Ich gehe oben lang. Gefliech, gefliech. Fuck. Ich bin, wurde getroffen. Ich bin, wurde getroffen. Oh, knapp. Ich bin da extra für dich runtergesprungen. Oh, na. Nein. Und er ist gut. Mit der Grundritte schießt du mich. Party Beat. Du bist in dem Moment vor mir nicht gelaufen, als ich auf das Vieh schießen wollte. Ja, das habe ich aber, das kann ich nur bestätigen, dass das wirklich ist. Da habe ich mich selber schuldern. Das war genau so. Und ich habe jetzt gerüst auf. Bei Giftbiech habe ich eben gerade einen Schritt dritten gemacht. Puch. Und schon. Ich gehe das mal vor. Ach, Mensch. Egal. Den will ich nicht stoppen auch ohne mich, weil Kai Weyer sind, die Gettinnen ist ja auch Techniker geworden. Das hätte natürlich ja keine Angst mehr. Wow, wow, wow. Wie gesagt, hätte er keine Angst mehr, dass es auf die letzten 30 Sekunden so mega doof wird. Ja, mach. Du kannst dich schon um die Technik kümmern. Ich habe keine Pistole mehr zum Heilen, nur noch Medikets. Kann ich eigentlich. Nimm doch. Weil mein Geschicht braucht dich ja nicht mehr. Ja, was muss man jetzt machen gleich? Drücklaufen. Gleich einfach nur rennen. Ja, laufen so weit rennen. Also einer von uns muss auf jeden Fall überleben. Sie ist richtig. Und los. Und los. Ja. Da steht ein Countdown. Okay. Okay, fuck. Ja. Ganz ruhig bleiben. Das, das, das. Das packte. Das packte. Das packte. Ich hab's euch mit 6 Sekunden noch so noch geschaffen. YOLO. Jetzt kommen auch keine Gegner mehr. Das geht richtig. Doch. Doch. Mit der Zeit. Alten auf Marsch ins Folgen. Ah. Ich muss nämlich gleich ein bisschen anders zum Weg gehen. Boah. Gratze Scheiße. Oh. Nein. Nein. Da. Da. Geh'n. Nein. Oh Gott. Oh. Lauf, 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 lauf. Ich hab nur noch einen Medikatz. Ja. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall auf giftig aufpassen. Entweder wir überleben oder halt nicht. Wir müssen dafür zu überleben. Wollang eigentlich hier? Gerade jetzt rechts durch da. War einfach durchlaufen, ne? Ja. Richtig. Aber der Kopf da ja schon. Aber der Kopf da ja schon. Ja. Ja. Aber der Kopf da ja schon. Mir die Fick. Mein letztes. Ich bin waffenlos. Ja. Gut. Habt ihr's gleich geschafft. Ja. Hier, nimm. Dann bin ich waffenlos. Kann ich nicht. Kann nur Technik aufheben. Okay. Oh, drei. Ich bin drauf. Nice. Jawoll. Das waren jetzt alle Missionen, ja? Ja. Richtig. Was hab ich? Den Minigun. Die IAS Minigun. Ich hab ein Scharfschützengewehr bekommen. Ja. Ich weiß irgendwie nicht, was er so im Spiel bringen soll, aber okay. Die Kamera ist doch noch, äh, noch, 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 die IAS ist, äh. Ja. Oh, ich muss den Kredit drücken. Ich krieg auch neun Kapitel. Boah, guck mal, ein Freundebeschuss. Kein einziges Mal abgeschossen von. Ey, hab dich das Gefühl. Ich hab am Ende nochmal irgendwen getroffen. Oh, 200! Ja, war cool. War echt super. Also, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Die ganzen Folgen. Dir nicht. Das dachte ich mir schon. Und YOLO, halt Freunde, immer nur SPAC und Hashtag GIFT und Hashtag Bomben und was auch immer. Ich bedanke mich herzlich bei euch und schaltet wieder ein, wenn wir immer wieder zusammenspielen. Bis dahin. Ciao. Und jetzt sagt es auch alle Tschüss. 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 Tschüss.